Herzlich willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um die Tefal ProExpress GV 8963. Die Hochdruckdampfbügelstation ProExpress Autokontrol von Tefal erfüllt alle Bügelanforderungen für anspruchsvollstes Bügeln. Die Dampfbügelstation ist schnell und effizient und bietet drei ideale Kombinationen aus Dampf und Temperatur, die perfekt auf ihre Stoffart abgestimmt sind. Der leistungsstärke Druckdampf sowie der extra Dampfstoß garantieren perfekte Bügelergebnisse auch bei den dicksten Stoffen und bringen ihnen so eine Zeitersparnis ein. Darüber hinaus profitieren sie von einer gleitfähigen Autoclean-Bügelsohle, einem Verschlusssystem für einfachen und sicheren Transport und einem abnehmbaren Wassertank für praktisches Auffüllen. Für langanhaltende hohe Dampfleistungen sorgt der Anti-Kalk-Kollektor in der Dampfstation, welcher die Kalkpartikel abfängt und ganz leicht entleert werden kann. Außerdem verfügt sie über einen abnehmbaren Wassertank zum einfachen Befüllen. Drei foreingestellte Bügelprogramme Delicate, Auto und Jeans regulieren exakt die Bügelsohlen-Temperatur und den Dampfausstoß. Auf Knopfdruck automatisch das geeignete Bügelprogramm für die Wäsche. Sammelt bis zu zweimal mehr Kalk, als das Vorgängermodell. Hält den Kalk im Kollektor auch wenn die Station bewegt wird und sammelt auch kleinste Partikel. Über der Durylium-Sohle befindet sich eine Palladium-Beschichtung, die mittels katalytischer Verbrennung, Mikrofasern, die sich während des normalen Bügelns von der Wäsche lösen, in Luft auflöst. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.